Oder, äh, Autosave, meine ich. Oder kommt das nicht? Dann haue ich hier mal ein Quicksafe rein. Ich weiß nicht, ob der dann am Anfang startet oder wie das ist. Ach, raus kann ich nicht wieder. Ach, jetzt gehen... Jetzt gehen hier rein zufällig. Oh, klasse. Die einzige Lichtquelle ist flackerndes Licht. Macht Mut. Ach komm, langer Gang. Da geht doch bestimmt auch gleich das Licht... War so klar. Das war so klar und ich kann kein Licht anmachen. Ah, geh weg! Was geht ab? Ach, du Scheiße, ey. Alter, ich hab stabile Frames, aber mir kommt das so vor, als würde ich es lecken. Das Spiel. Okay, Moment. Granaten. Was haben wir hier? Combat Shotgun. Wuhu! Nicht schlecht, das war doch cool. Alter, die Lampe. Jetzt war ich so von der Lampe faszinierend. Dass ich den da völlig vergessen habe. Was hat die Lampe faszinierend? Ja! Ah! Alter, der greift den voll an die Eier Die gehen voll ab Ist hier hinter was? Schade Schade, oh, was haben wir denn hier Feines? Jawoll, ja Sieht mal wieder nach Action aus hier ein bisschen Explosives, auch wenn man drauf schießt Oh, schön Oh, ich hab voll, geil, auch nicht schlecht Ist aber gut zu wissen Dass hier noch was ist, wo ich noch mehr Oh, verdammt Gehen wir mal ein bisschen leise hier vor Na, treff ich Ups Okay, wahrscheinlich eher nicht Ich kann hier nicht mal durch Ups Ergo da hinten Alter, ich bin so Weiß nicht, angespannt bei dem Spiel Obwohl Ja, es ist nicht so gruselig wie das Hauptspiel Muss ich Wuhu Sagen Aber Wahrscheinlich, ich hör's auch Ich hab's auch verdammt laut hier Wow Alter, das war saumäßig knapp Wo ist er? Ja, du bist in Ordnung Noch Wo ist er? Stirb Schlampe Da hinten ist noch einer Alter, war das ein One-Hit-Kill? Geil Ha Es geht zu Okay, das Tor ist dicht Nee Oh Na, klasse Uuuh Jawohl Gleich die erste Salve mal hier Versemmelt fast Alter Die sind so langsam, ne? Ja, jetzt bleibt er auch noch stehen Was ist das, Schwede? Alter, Schwede Alleine Scheiße, hab ich mich selbst gekillt Och, verdammt Das war ja, naja Suboptimal Subklug Dumm Okay, wo hab ich denn Ah, okay Aua Ah, schön Das sind aber auch dicke Bolzen Ja, so geht's Ja, los, komm, diesmal Oh, ha, 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 ha Wo ist er da? Dahinter ist er, ne? Jawohl Der hat sich verabschiedet Blöder Wichser Alleine Warum sind die Teile Blutver... Ich liebe die Waffe Oh, geil Zieh dir das mal alleine rein Nicht schlecht Da will ich noch nicht rein Kann ich mit dem Fahrstuhl fahren? Natürlich nicht Pissnaken, ey Kommen sie von hinten hier an Oh Gott Oh, ne normale Tür Wie schön So Zack Hab's zwar nicht nötig, aber Wenn's schon da ist, ne? Okay, voll viele Medikits hier Oh Gott Okay, wo ist der hin? Ups Hä? Kranker Scheiß Oh, hier kriegen wir doch Da ist er durch Ich dachte schon wieder Der Gang wäre noch länger Dann hätten wir hier nämlich Auf jeden Fall wieder mal Besuch bekommen Joa, genau Schlampe Alter, das... Ich bin zu weit vorgerückt So Wo ist der nächste da? Na los, komm raus Alter Voll Glück, dass die Tür zu ging Hat er sich selbst in die Luft gepustet? Finde ich ja nett Hat er nicht, oder? Der steht hier noch irgendwo Wo ist die Star? Alter, was ist das? Geht ja voll auf den Sack Alter Ich erschrecke mich dabei jedes Mal Klasse Super leise, wie ich bin Auch schon wieder vergessen Hier zu safen Quick save Alter Ich mach voll Musik Ein Schalter Was macht der denn? Oh Wen haben wir denn da? Kommt der etwa hier her? Nicht cool Nicht gut Okay Alter Okay Zugegeben Das war ein bisschen unnötig Und übertrieben Aber Alter Wie geil Die Waffe einfach nur ist So richtig schön an die Wand gepinnt Hier wieder mal Muss ich da lang? Hä? Ach so Ah okay Okay Hier bin ich vorhin rein Genau Und jetzt hab ich die hier geöffnet Oh Gott ey So Entschuldigung Ich musste grad hier Täuschen machen Alter wo kommen die mal her? Ganz ehrlich Haben die hier drin gewartet irgendwie? Okay Ich geh einfach mal runter Weil ich glaube Dass das richtig ist Keine Ahnung Ja Sieht doch gar nicht mal so falsch aus Ne? Ah Sehr gut Eine Granate Okay Oder ich bin hier Ne Hier gibt's noch eine Tür Ein Glück Bin ich hier vielleicht doch Hier Ups Oh Gott Hab ich mich erschrocken Voll die Blutwolke Okay Was ist da Ach der Der Feuerlöscher Die explodieren die Dinger Ist ja gut zu wissen Hat doch gut geklappt Hab ich ihn Doch nicht gekillt Super Alter Dann drücke ich da Auf Genau Am Arsch Kleine Schwanz Piss Captain Ach Ja genau Und ich bin wieder hier Am Arsch ey Ich muss häufiger Quick Save machen Ich vergesse das immer Ach komm Du Würstchen Ups Ja hallo Mach da Allein schon Ach guck dir den jetzt an Hier Wer denkt der denn Wer ist Allein schon Wie zielgenau der Pisser Auch noch ist Ja genau ey Ich kann den nicht mal Richtig sehen hier Ach komm Friss das Arschloch Okay geil Wusste gar nicht Dass das geht Okay Nicht schlecht Damit hätte ich jetzt Nicht gerechnet Ganz ehrlich Alter das lief ja mal Mehr als beschissen Hier Egal Medikits Sind eh voraus Von daher Sollte das nicht So das Problem Sein Ne Der Ilf